Und zack, geht der Nächste hier rein. Hammerhart, ey. Schön auf die ganzen kleinen Viecher. Schön ein paar Köfis machen hier. Köfis, Frösche und so'n Scheiß. Einfach mal gucken, was da so geht. Und da, da, da ist glaube ich wieder ein Frosch. Oh. Komm mal ran, ihr Algen. Ha. Da ist er, der Frosch. Genau den, ihr Lümmels, den wollen wir doch haben. Endlich mal wieder ein bisschen auf Frösche gehen. Ich hab jetzt die Tage gemerkt, Alter, ich hab viel zu wenig Frösche. Dementsprechend muss ich mal wieder ein bisschen Gas geben. Ein paar Frösche stippen, um damit dann gegebenenfalls mal wieder schön auf Aal zu gehen. Oder das Ding einfach mal reinzuballern, um auf Hechte zu angeln. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja, einer der bekanntesten und wichtigsten Spots fürs Froschangeln ist hier am Windenbach. Da zuppelt's gerade auch schon wieder. Lauben haben wir aber auch hier an der Stelle. Von daher nehmen wir die natürlich auch gerne mit. Schön die saftigen Lauben. Können sich ja auch immer sehen lassen. So, raus damit. Ich stehe hier nicht mit der Stippe. Stippen, Algen. Da wird einem doch anders bei, oder? Ja, also Respekt an alle, die Spaß haben am Stippen. Ich, also so mal, ja. So mal ab und zu. So ein Stippturnier so maximal. Und dann ist aber auch wirklich, dann ist aber auch wirklich Sense, ey. Ne, da doch lieber schön entspannt hier. Mit so winzigen kleinen Bollohoten. Low Budget, absolut Low Budget, kostet fast nichts. Und mit diesem super günstigen Setup, mega entspannt, mit einer deutlich, deutlich besseren Hackfrequenz, einfach rausziehen. Einfach rausziehen die Brocken. Gar nicht immer der Stress mit dem Anschlagen. Ziehe ich nach links, hau ihn dann an. Ziehe ich nach rechts. Jetzt hau ich ihn rechts, linke Maustaste, was nicht alles. Also Stippen, ne. Lauf ich dann nach hinten damit, weil der Brocken auf einmal zu groß ist. Und, 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 und. Nö. Völlig gechillt. Einfach packen die Rute. Man hat eine Rolle da dran. Man kann den Fisch einfach reinkurbeln. Egal wie schwer er ist. Man braucht halt da ein bisschen Zeit für so einen fetten Drill. Aber einfach packen. Also die Rute packen, schnell einkurbeln machen. Das hakt quasi automatisch. Und dadurch hat man gar nicht diese Anschlagen mehr. Sondern, ja, man hat eigentlich zu, sagen wir mal, über 90 Prozent hat man den Fisch dann dran. Auf jeden Fall ganz entspannt im Vergleich zum Stippen. Jetzt sehen wir hier auf H3 zum Beispiel ganz rechts. Oh, die 1 ist schon wieder weg. Wenn das so schnell weg ist auf einmal, ist es häufig ein Frosch. Oder man passt einfach nicht auf. Zack. Gerade bei drei Posen, die man im Blick haben muss. Zack, da ganz oben bei den Seerosen hier in der Mitte. Und dann rechts außen. Immer so ein bisschen tricky. Ich habe die alle jetzt so ein bisschen weiter verteilt. Zack, auf H3. Jawohl. Alle so ein bisschen verteilt. Damit ich einfach verschiedene Bereiche hier mal so ein bisschen testen kann. Und, ja, bisher bin ich auch ganz zufrieden. Sieht das schon ganz gut aus hier. Ein paar Frösche waren schon dran. Viele Lauben. Ein Rotauge. Also so kann das schon ganz gut gehen. Jetzt hier auf H2 in der Mitte zuppelt es auch wieder los. Na, das war zu früh. Ah, doch nicht. Schon gehakt. Zack, fitte Laube hier. Sehr gut. Ja, und so darf das doch gehen hier. So darf das doch gehen. Und dann sieht man aber auch, also mit der Zeit, wenn ich hier... Da, 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 da. Warte, ein Frosch. Ich wollte es gerade... Guckt euch das an. Raketenfrosch. Es lebt der Raketenfrosch. Weggeballert. Und noch nicht mal dran. Ist das der Hammer? Ist mir gerade schon passiert. Es... Also Raketenfrosch. Es gibt sie noch. Es gibt sie noch. Ist das der Hammer, ey. Wild. Das heißt, ihr werdet sehr schnell feststellen, die Unterschiede der Fische, wie sie zuppeln. Zack, schon wieder. Wieder nicht. Alter, was ist denn? mit dem. Haken. Ja, 18er Haken und Fliege. Wir gehen gleich nochmal auf Set genau ein. Oh, warte mal. Ein bisschen weiter. Gehen nochmal ein bisschen im Detail gleich auf die Ruten und auf die auf die Stube und weiß der Geier was alles ein. Aber ihr werdet sehen, das hier zum Beispiel ist kein Frosch. Das ist einfach langsam runtergezogen oder es hat ein paar Mal gezuppelt noch und so. So agiert kein Frosch. Frosch, ihr guckt euch die Pose an, fokussiert die Pose, weg ist sie. Hahaha. Bam. Ballert einfach rein und ist weg. Ballert rein und ist weg, der Frosch. Und wie gesagt, mit den Lauben oder auch Rotaugen und so, gerade Rotaugen, die zuppeln ja eine Ewigkeit. Aber die Frösche ziehen sofort ab. Ihr seht auch, die Schnur haut sofort ab. dementsprechend immer aufpassen, dass gerade, wenn ihr jetzt hier mit solchen Posen unterwegs seid beziehungsweise mit den kleinen feinen Bolloruten, Schnur sollte ausreichend natürlich sein. Also nicht so eine 50 Meter Schnur oder sowas nehmen, so eine kurze. Und natürlich auch die Bremse entsprechend einstellen, dass euch da nicht irgendwie was kaputt gerissen wird. Denn das gab es auch schon, auch schon vor Jahren, dass dann wirklich Raketenfrösche Setup zerrissen haben. Du kannst es dir nicht ausdenken, Alter. Da ballert dir ein Frosch rein und reißt dir, weiß der Geier was, ein 3, 4, 5 Kilo Setup kaputt oder was. Also es ballert auf jeden Fall so heftig rein, wenn dann die, wenn dann die Bremse verkehrt eingestellt ist. Eskalation. Bam! Der nächste, 45er, schön. Da geht aber noch ein bisschen mehr. Vielleicht mache ich gleich nochmal ein bisschen größeren Haken drauf. Jetzt haben wir hier gerade so die Abendstunden. Ja, von der Location gucken wir nochmal eben schnell auf der Map hier oben. Simpel, eigentlich ziemlich bekannt. Für Lauben immer gut. Ihr seht ja, viele Lauben dabei, für Frische gut. Und grundsätzlich überall da, wo so Seerosen sind, einfach mal testen. Ob das an der alten Festung ist, ob das, eigentlich an jedem Gewässer, selbst, selbst an dem Ollen Waldsee ist ja auch immer wieder, ne, gibt es ja auch immer wieder Frosch, Wettangelturniere. Überall da, wo die Seerosen sind, ähm, am Moskito mit Sicherheit auch. Ich hab meine Froschtrofee vom Moskito fürs Fangbuch hatte ich schon gefangen. Da war es noch der alte Moskito. Da sah der noch ein bisschen anders aus. Da gab es dann auch so ein paar schöne Seerosenfelder. Da hat das super funktioniert. Aber auch da stand ich mit exakt diesen Routen hier und hab dann da schön einfach die drei Routen reingeballert hier ab in die Seerosen, ganz entspannt und dann ging das halt los. Zap, 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 ein Frosch nach dem anderen und dann irgendwann war da auch eben die Trophy dabei. So. Müssen wir mal jetzt ein bisschen Gas geben. Ich ziehe es noch mal ein bisschen hier näher ran. Bremse wieder auf. Auch so ein wichtiger Punkt. Bei der Stippe habt ihr nicht die Möglichkeit die Bremse aufzumachen, die Spule aufzumachen. Hier habt ihr die Chance die Spule aufzumachen. Ihr könnt die abstellen, die Rute und wieder aufheben, die Rute und es ändert sich an der Pose nichts. Es gibt kein Gezuppel an der Pose, es gibt kein Geruckel an der Pose, ihr verscheucht nichts, weil halt die Pose beziehungsweise die Schnur locker durchhängt und ihr könnt einfach schon mal greifen. Absolut Bonus wieder für die Bollo ganz gechillt. Da geht an zweien, an eins und an einer zwei, aber beides jeweils kein Frosch. Nehmen wir mal hier. Oh, hat auch ein bisschen Gewicht sogar. Ja! 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 Trophäe Laube! Also ihr seht mal! Zählt doch nicht! Jetzt mal ehrlich! Zählt doch nicht so was! Olle Laube, Alter! Komm, die fängt doch jeder hier! Also komm, wer jetzt hier keine Laube fängt, als ob das jetzt hier schwierig ist. Äh! Ja! Lauben kann man hier ganz gut fangen und Frösche und so Sachen. Schön! Wo waren wir stehen geblieben? Fuck! Ach ja! Ja! Also, es lohnt sich auf jeden Fall mit der ollen kleinen Bollo zu angeln. Vorteil, egal wie schwer der Fisch ist, auch wenn jetzt hier den Döbel reinballert mit drei Kilo, den kriegt man schon irgendwann gedrillt. Ne? Dementsprechend natürlich ein bisschen Movement hier aufs gegenüberliegende Ufer dann rüberrennen, in diese Ecke hier rein, dass er hier nicht mehr rauskommt. Hier rein drillen sozusagen den Fisch und dann ganz entspannt rausdrillen den dicken fetten Döbel. Sollte der mal reingehen. Da haben wir jetzt auch eins wieder so Dinge, ne? Schön abwarten, da zuppelt einer. Wir könnten schon mal hochheben wieder. Zack! und im richtigen Moment einfach Shift halte ich gedrückt. Ich habe hier die Einholgeschwindigkeit auf 50, maximale Einholgeschwindigkeit. Halte Shift gedrückt. Naja, also schnelles Einkurbeln und dann ja, dann hat man schon gehakt. Ganz locker, ganz gechillt, fertig. ich würde sagen, ich schneide jetzt mal eben rein, wie das Setup zusammengebaut ist und so was alles. Das nehme ich dann aber gleich erst auf. Also, wir spulen jetzt quasi so ein bisschen vor, wenn es gleich Nacht ist. Das heißt, ich nutze jetzt die Zeit hier und angel den ganzen Abend über noch weiter, bis es dunkel ist, weil in der Nacht ist dann irgendwie Sense und nutze halt jetzt die Zeit, angel in der Zeit und dann schneide ich jetzt mal eben rein, wie das Setup, was das genau ist, wie das zusammengebaut ist und so Sachen. Bis gleich. So, dann schauen wir uns doch mal das gesamte Graffel hier an. Was hat er sich denn da zusammengebaut? Also, wenn ihr Stippen oder wenn ihr keinen Bock habt auf Stippen und wenn das schwierig ist und ihr müsst natürlich am Anfang da durch, also das ist ja Start, das ist ja Tutorial quasi, dass man sich da erstmal mit dem Stippen irgendwie ein bisschen durchquält. Sobald ihr könnt und das ist, dauert ja eigentlich gar nicht so lange. Posen angeln, wann hat man denn die Leuchtpose und so weiter, Bolo-Handhabung, Handhabung der Bolognese-Route. Man muss hier keine Punkte reinballern. Es sei denn, ihr geht sowieso irgendwann schwerpunktmäßig aufs Posen angeln, dann natürlich gib ihm ab rein in die Stippe, dann hat man hier auch die Punkte in der Bolo schon mit drin. Hier Hinweis, Bolognese-Route und Stipp-Route teilen sich dieselben Skill-Punkte, müssen daher also nicht separat verteilt werden. Also hier einmal fünf Punkte rein, dann habt ihr später auch automatisch in der Bolo die Punkte drin. Wie gesagt, ihr müsst das nicht skillen, wenn ihr nicht hauptsächlich aufs Posenangeln gehen wollt. Nichtsdestotrotz, sobald ihr die Bollos frei habt und dann mal schön entspannt statt Stippen trotzdem irgendwie rumposen wollt, dann empfehlen sich tatsächlich von diesem Bolo-Roten diese super billigen 0815-Dinger und da müssen es auch gar nicht diese großen mit sieben Meter sein, ich meine, so fürs Froschangeln und sowas, alles schnickschnack, da reichen diese ganz kleinen Dinger, die haben eine Tragfähigkeit von 3,8 Kilo, also wirklich Basic und da kann man dann auch tatsächlich die Basic Stationärrolle drauf klatschen, so eine Spark 3000 oder sowas. Reicht völlig. Ich meine, ich habe da, ich hatte mir da, ich glaube so eine, hatte ich die Dragon da drauf? Ich glaube, ich hatte die noch rumliegen. Genau. Ja, die habe ich da drauf. Passt ein bisschen mehr Schnur drauf und so, ja, aber ist halt nicht notwendig, ne? Das heißt, gerade, wenn ihr damit unterwegs seid, ganz normale Bollo-Rute, wie gesagt, die habe ich hier dreimal, dreimal gekauft und dann natürlich auch wieder schön mit einer Micro-Braid stellen wir das Gerät mal eben hier ab. So, dann reicht das eigentlich komplett, ne? Ist so ein schönes Ding, so eine schöne Bollo, kleine feine Montage dran, kleiner Haken an das ganze Gerät hier und dann sieht das schon mal ganz gut aus. So ist das hier zusammengebaut. Wie gesagt, jetzt hier ein bisschen übertrieben mit der, mit der Dragon hatte ich halt noch rumliegen. Micro-Braid wiederverwendet. Micro-Braid, eine der genialsten Schnüre für winzige Fische. Einfach, weil sie auch so super dünn ist, 0,04 Millimeter. Es gibt keine dünnere Schnur im Game. auch wenn es eine Braid ist, eine geflochtene hier zählt oder ist der, die dünne, die Dünnheit der Schnur, das ist das ultimative Plus hier. 2,8 Kilo Tragfähigkeit, auch richtig viel dafür. Ja, absolut vorteilhaft, auch im Vergleich zu Fluorocarbon. Also, damit meine Hauptschnur für alles, was winzig klein ist, halt so bis, ja, bis Tragfähigkeit, wenn es irgendwann höher geht von der Tragfähigkeit, macht es halt auch ein bisschen weniger Spaß, damit dann zu drillen. 20er Haken beziehungsweise 18er Haken hatte ich dran. Ich hatte hier jetzt einmal noch einen 20er, genau, aber ansonsten auf den anderen Routen auch schönen 18er. Ich denke, man könnte auch noch ein bisschen größeren Haken verwenden. Ihr könnt ja mal unten unter die Kommentare schreiben, mit welchen Set beziehungsweise mit welchen Hakengrößen ihr auf Frösche geht. So eine fette Frosch Trophy fehlt mir noch an der alten Festung. Das wäre schon ziemlich geil. Ja, und dann wie gesagt von den Einstellungen her Laufposenmontage, damit man auch richtig schön die Tiefe einstellen kann, nämlich hier auf 17 Zentimeter. Wenn ihr das vergleicht hier mit der Bolognese Montage, die Bolo Montage auf der Bolo Route, da ist das eigentlich gar nicht ganz so ideal. Da geht es nur auf 35 Zentimeter, also doppelt so tief sozusagen, hängt da der Köder. Könnte ich eigentlich auch nochmal testen, aber auch in der Vergangenheit war Froschangeln immer 17 Zentimeter, super flach unter der Oberfläche. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass auch da ab und zu mal irgendwie auch ein Frosch reinballert, warum auch nicht, wobei 35 Zentimeter ist eigentlich ideal für zum Beispiel Hasel. Das heißt, wenn ihr dann mit der Bolo-Montage vielleicht hier irgendwo auf Hasel geht, richtig gut. Und auch da wieder deutlich entspannter, hier mit den kleinen billigen Bollos die Haseln rauszuziehen. Wenn da was Dickes rangeht, egal, einfach drillen, da reißt euch nichts mehr ab. Super entspannt. Haken. Ja, es hakt, weil es geht fast automatisch das Anschlagen, das Haken. Ihr müsst da nicht immer rumzuppeln mit der ollen Stippe da in der Hand. Verdammten Stippen, Alter. So, jetzt aber zurück zum Angeln und dann, ich glaube, es geht weiter mit noch was rausziehen und dann verkaufen. Bis gleich. Bam, Alter, das ist tatsächlich alter Fall, der Eimer noch eben schnell ausgeworfen. Zack, da ist sogar was Fettes dran, Alter, was ist das denn? Siehste, alter Falter. Dicker, fetter Frosch, so wie es eingeschlagen ist. Ne, das ist so ein oller Raketenfrosch. 38 Gramm und geht ab wie Zäpfchen und hier ist, glaube ich, der dritt auf schon wieder einer dran. Alter, die Frösche, ne? Sie machen ein Fettig, aber ihr seht, es ballert gerade jetzt zum Abend, guck mal hier, 90 Gramm fast. Es ballert zum Abend einfach mies rein, ey. Perfekt, perfekt, so muss das doch sein, ey. Ach, ist das gut. Froschangeln ist immer witzig, einfach witzig. Es geht da weniger um Kohle machen und sowas. Klar, wenn du jetzt hier die Lauben fängst, machst du auch noch ein bisschen Kohle nebenbei. Kannst natürlich auch die Köderfische machen, danach schön auf Weißlachs oder sowas im hochleveligen Bereich beziehungsweise einfach verangeln. Die Dinger kannst du auch am Koori reinschmeißen, wenn du eine Köderfischmontage schon kannst oder einfach verkaufen. Gibt mit Sicherheit auch immer mal wieder Kaffeeaufträge. Gerade für Lauber hat man regelmäßig auch Kaffeeaufträge hier am Windenbach und die sind gut. Die sind wirklich gut. Alter, guck mal, da hat ordentlich gezuppelt hier das dicke Rotauge. Das hat auch mal ein bisschen Bock. Man kann auch übrigens dickere Posen nehmen. Ich hatte mal eine Zeit lang diese ganz dicken fetten Korkposen. Da hat man einfach besser gesehen, die Dinger. Ändere ich jetzt einfach mal nicht. Das ist jetzt hier so absolut basic und ja, funktioniert ja auch. So, noch ein bisschen mal rausziehen und dann gehen wir gleich mal verkaufen. Also, gehen wir doch mal eben verkaufen. Was hat das denn hier gebracht? Kurzer Blick ins Café. Nichts in der Art gerade drin, bis auf Rotaugen. Ja, aber die zwei, die lohnen sich da jetzt gerade nicht. Also, dann gucken wir hier rein. Ja, sieht auch ganz gut aus. Zum Ende hin, wir haben jetzt hier 26 Minuten ungefähr geangelt. Ähm, nicht mal ganz eine halbe Stunde. Tatsächlich sogar noch, als es so in der Dämmerung war, so zwischen 21 und 22 Uhr 30 ungefähr sind noch Frösche reingeballert. Gar nicht so schlecht. Also, man kann tatsächlich so bis in den leichten oder den frühen Abend hinein noch die Frösche fangen. sieht alles ganz gut aus. Innerhalb Stunde jetzt tatsächlich auch ganz ergiebig von der Kohle 47 Silber. Aber ich werde hier den ganzen Teil natürlich zu Köderfisch verarbeiten. Köderfisch ist Köderfrösche. Die Köderfrösche haben den Vorteil, die halten auch schön lang. Das heißt, die vergammeln nicht. Und dann hat man da immer schön was auf Vorrat, wenn man mal nebenbei noch auf Hecht angeln will. Also aktiv mit dem Spinning auf Hecht, zwei Routen auf Grund, mit dem Frosch dran und dann gib ihm. Oder auf Aal, oder, oder, oder. Jo, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal montags, mittwochs und freitags auf Twitch oder im nächsten Video. Petri. Bis zum nächsten Mal.